Wir lesen oft von selbstbewussten Führungskräften und erfolgreichen Managern. Sie wirken auf uns von Natur aus entscheidungsstark. Die Wahrheit ist jedoch, dass man kein Talent braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Dies ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und Entscheiden ist einfach, zeigt Ihnen wie. In diesem Buch von Entscheidungsforscher Philipp Meissner lernen Sie sieben einfache Schritte kennen, mit denen Sie schnell gute Entscheidungen treffen können. Sie können diese sieben Schritte nutzen, um das ständige Aufschieben zu beenden und selbstbewusst wichtige Entscheidungen zu treffen. Schnell die beste Alternative in jeder Situation zu erkennen. Ohne Stress zu entscheiden, auch wenn Sie unter Druck stehen. Und sich gegen mögliche Risiken und Verluste abzusichern. Die sieben Schritte, die Sie in diesem Buch lernen werden, können Sie gemeinsam oder einzeln benutzen. Sie können sie sofort anwenden, egal ob für große oder kleine Entscheidungen. Karriereentscheidungen, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, überall. Mit diesem Buch werden Sie wachsen. Eine selbstbewusste Entscheidung nach der anderen. Bestellen Sie Ihr Buch jetzt. Auch als E-Book oder Hörbuch. Wobei. sterne.